Egal was deine Voraussetzungen sind, wenn du auf die Welt kommst, welche Karten dir gegeben wurden, ob dir ein Bein fehlt, ob du 1,50 bist, ob du keine Eltern hast, alles scheißegal. Jedes Hindernis, was das Schicksal dir in den Weg legt, das nimmst du und schmeißt es ihm zurück ins Gesicht. Das heißt, keine Ausreden, keine Entschuldigungen. Der Gewinn am Ende ist nicht der mit den besten Ausreden, sondern der trotzdem gemacht hat.